Hallo Leute und herzlich Willkommen zum kleinen Infovideo. Ja, kurzes Update zu meinem Soundproblem. Ihr hört es vielleicht, es ist es wieder deutlich besser. Liegt allerdings nicht daran, dass meine neue Soundkarte endlich funktioniert, sondern daran, dass ich einfach die USB-Soundkarte wieder installiert und angeschlossen habe. Schon traurig eigentlich. Dabei heißt es doch immer, die internen Soundkarten sollten eigentlich besser sein. Das war auch meine Absicht dahinter. Ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen in Kontakt mit dem Support und frage mal so ein bisschen und gucke. Ich habe auch stundenlang rumgesucht, was man dagegen unternehmen könnte. Das ist einfach alles ein bisschen arg nervig gerade. Ich bin auch schwer genervt, weil ich habe jetzt so viel Zeit in diese blöde Rumbastelei und Fummelei reingesteckt, nur um am Ende doch wieder beim alten Gerät zu landen. Aber sei es drum. Jetzt benutze ich halt bis auf Weiters erstmal wieder das alte. Damit ist dann auch der altbekannte Sound wieder so, wie er ist oder wie er war. Und dann hoffe ich mal, dass sich für das andere Problem vielleicht doch noch eine Lösung findet und die Zeit nicht komplett verschwendet war. Naja, es werden jetzt zwei, drei Videos noch kommen mit dem Schrott-Mikro. Ne, warte, es sind sogar genau zwei. Es ist jetzt die nächste GTA-Folge. Das ist die 139 und die YouTubers-Live-Folge 14. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, aber ich hänge sowieso so derb mit dem Zeitplan hinterher. Jetzt muss ich morgen wieder arbeiten gehen und ich habe effektiv nichts gemacht. Ich wollte so viel aufnehmen und machen und neue Projekte anfangen und dies und jenes oder auch mal ein altes wieder ausgraben. Aber durch das lange Prozedere jetzt mit dem Installieren oder bis der Rechner erstmal da war, jetzt die Kacke mit dem Sound, das hat einfach alles so rausgezögert. Und jetzt kann ich wieder zum Arbeiten rennen und ja, habe effektiv deutlich weniger Zeit. Und ja, meine Planung ist für den Arsch. Naja, so kann es halt manchmal gehen. Wie gesagt, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass jetzt zwei Folgen eben etwas, naja, nicht so wie gewohnt sind. Aber das ist nochmal neu zu vertonen, das dauert auch ewig lang. Und ich denke mal, jeder von euch stimmt mir dazu. Wenn ich sage, dann vertone ich lieber die Folgen nicht nochmal neu, sondern mach dann lieber gleich die nächste neue. Sonst fällt da auch wieder irgendwas aus oder so, wenn eine Lücke drin ist. Und ich hoffe, dass sich da halt irgendwie eine Lösung findet. Also sorry dafür, Leute. War irgendwie anders geplant, aber jetzt ist es halt so, wie es ist. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch nicht zu sehr drüber aufgeregt habt. Und ja, soll dann wohl irgendwie besser werden jetzt. Bis dann, tschö.